Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy 2. Heute geht's in den Snow Govern los. Und direkt schon wieder Gegner. Was ist los? So, da geht's auf jeden Fall gut voran. Ja, jetzt müssen wir... Hier, was fehlt nicht. Was wir hier gebrauchen können. Damit wir natürlich weiterkommen können. So. Truhe, was kriegen wir, Geld. Logisch. Geht noch. Oh ja. Oh Gott. So. So. Hoppala. Die Suche natürlich geht immer noch weiter. Und noch mehr Agilität. Das ist ja wunderbar. Und noch mal Geld. Okay. Okay. Da können wir noch nicht durch. Wir müssen die Treppe nehmen. Und wir kriegen noch weitere Gegner. Okay, das hat ihm jetzt gerade eher weniger gekratzt. Huch, Sack, Kasse. Dann müssen wir erst mal die Treppe runter. Okay, noch. Ja, das war schon wieder mal gut. Dann packt die Swings. Okay. HP und nochmal HP. Einmal vorsichtig selber speichern. Und noch mehr Gegner. Dann geht's wieder hoch. Warte mal, ob das der richtige Weg ist. Das ist immer noch die Frage. Also das hat er doch nicht überstanden. Dann gehen wir jetzt einmal hier rum. Gegner. So viele Gegner. Hier ging es weiter. Das heißt, wenn ich den Schirm eingeschafft habe. Das hätte mich vermutlich jetzt mal zur Natur geführt. Dann sollten wir dem jetzt auch mal gehen, den Weg. So, schon wieder gelehnt und noch einer gelehnt. Okay, das ist immer. So, schon wieder gelehnt. Jetzt geht's nochmal voran hier. So, jetzt geht's nochmal vor. Und Gegner, uch, wir sind hier angehalten. Und so hat sich das auch mit diesem Gegnerhaufen erledigt. Eine Battle Ex. Und so hat sich das jetzt auch wieder erledigt. Okay. Ein Öl-Gegengift. Klasse. Und schon wieder Gegner. Mit Remaze, aber ein Monster. Okay. 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 Klasse, der überlebt sogar noch. Okay. 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 HP und nochmal HP, wenigstens überstanden, ist auf jeden Fall wieder Heilung erforderlich. So, wenn die Namen schlauen sind. Nehmen wir einfach mal wieder zurück. Und machen wir uns wieder auf dem Weg weiter nach unten. So, wenn die Namen schlauen, dann wieder auf der Hand zu schlauen. So, wenn die Namen schlauen, dann wieder auf den Schlauen schlauen. So, wenn die Schlauen schlauen, dann kann ich die Schlauen schlauen. So, jetzt machen wir das. Und Gegner. Und weiter nach unten. Achso, du hast ja nichts anderes. So, du hast ja nichts anderes. So, machen wir den jetzt schon mal weg. Ein Motion. Und weiter nach unten. Tor, die nehmen wir mit. Okay, wieder ein Buch. So, mit ein Potion. Okay, dann holen wir hier. Da ist ein Mitris Bär. So, klasse. Und weiter geht's. So, die sind für die Ebene schon. 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 Und noch mehr HP-Stärkung. Okay. So, die sind für die Ebene schon. So, wir sind für die Ebene schon gleich. So, wir gucken. Und schon wieder Geld. Ein niedriges Schild. Ja, dass man dann jetzt überwiert hat. Gucke ich jetzt nicht nach. Ich mich jetzt auf die Aufnahme konzentriere, dass sie schön wirkt. Denn die Bars enden noch lange nicht. Solange es noch was zu tun gibt, dann ist es auch nicht. Na, also. Und noch mehr Gegner. Okay. Okay, bald würde ich sagen, bald endet schon wieder die Powerzeit. Ein N-Kinds-Hort. Aber wir haben einen Gegner. Und haben sogar Erstschlag. Läuft. Jetzt haben wir wieder eine neue Waffe. Äh, das ist ein N-Kinds-Wort. Kann sogar einen negativen Statuswert beim Gegner hervorrufen, eventuell. Das ist gut. Ist ja nicht mehr Schildträger. Ist aber leider auch ein Schwert, was irgendwie selten trifft. Ja, gut. Geht. Ja, gut. Das ist ein N-Kinds-Hort. Das ist ein N-Kinds-Hort. Das ist ein N-Kinds-Hort. Das ist ein N-Kinds-Hort. Und das hat's voll und ganz gebracht. Jo. Jetzt sind wir hier. Irgendwie. Die Tür müssen wir benutzen. Die müssen wir nehmen. Aber ich schau mal, ob ich hier jetzt gerade eben noch eben in hier einen Raum noch eine Kiste vergessen habe. Ich denke, ich habe nämlich hier gerade eine vergessen. Nie meine Kiste mehr, als eine Kiste zu wenig mitzunehmen. So. Trotz, dass es wenig Schaden war. Nö. Ich habe hier keine vergessen. Verkratzt überhaupt wenig. Und schon wieder stärker geworden. ein bisschen. Jetzt sind wir hier in einem schönen Ort. Hier scheint natürlich auch was zu leben. Ich spreche mal mit dieser Giant Braver. Oder sprich die Sprache. Zum Rest kann es uns leider nichts sagen. Ja, im nächsten Part werden wir wahrscheinlich da weitermachen Okay Ich hoffe diese Stelle des Parts hat euch gefallen Wenn ja, Daumen nach oben Abo da lassen Und haut rein Freunde Wir sehen uns in der nächsten Folge von Feindefeil Fertig 2 wieder